Nach der Tötung des Afroamerikaners Donter Wright bei einem Polizeieinsatz in den USA wirft die Staatsanwaltschaft der verantwortlichen weißen Beamtin Totschlag zweiten Grades vor. Sie habe den Tod Wrights verursacht und müsse dafür zur Rechenschaft gezogen werden, erklärt die Staatsanwaltschaft im Bezirk Washington im US-Bundesstaat Minnesota am Mittwoch. Kim Potter könnte damit bis zu zehn Jahren Haft und eine Geldstrafe drohen. Potter hat am Dienstag ihre Kündigung eingereicht. Am Mittwoch ist sie festgenommen worden, wie die zuständige Polizeibehörde BCA mitteilt. Zunächst wurde sie ins Hennepin Country Gefängnis gebracht, wie Aufzeichnungen der Haftanstalt zeigen. Wenige Stunden später kam sie laut den Unterlagen gegen eine Kautionszahlung von 100.000 Dollar, rund 83.600 Euro auf freiem Fuß. Donnerstagnachmittag wird Potter vor Gericht erwartet. In der Stadt Brooklyn Center, nördlich von Minneapolis, ist es nach dem Tod des Schwarzen am Sonntag wiederholt zu Protesten und auch Ausschreitungen gekommen. Der 20-jährige Wright ist laut Autopsie infolge eines Schusses in den Brustbereich gestorben. Der inzwischen zurückgetretene Polizeichef Tim Gannon hat am Montag erklärt, er gehe davon aus, dass Potter den 20-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle versehentlich eingeschossen habe. Nach ersten Erkenntnissen habe sie statt eines Elektroschockers irrtümlich ihre Pistole gezogen. Der New York Times zufolge stand die 48-Jährige seit 26 Jahren im Polizeidienst. Die Polizisten haben Wright am Sonntag kontrolliert, weil die Zulassung seines Wagens abgelaufen ist. Dabei haben sie festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen den unbewaffneten Mann besteht und ihn festnehmen wollen. Ein Video zeigt, wie sich Wright aus dem Griff der Beamten löst und wieder in sein Auto steigt. Eine Polizistin ruft daraufhin dreimal Taser, hat aber eine Pistole in ihrer Hand. Daraufhin ist ein Schuss zu hören. Wright hatte einen jungen Sohn, der US-Medienberichten zufolge fast zwei Jahre alt ist. Bei einer für seine Familie eingerichteten Spendenkampagne ging bis Mittwoch bereits mehr als 600.000 US-Dollar rund 500.000 Euro ein.